Hallo zusammen, hier ist der Beisterjörg. Wir kommen zu einer letzten Ausgabe vom Beisterbericht von hier in Adelboden-Lenk. Wie alle Anlagen sind offen, alle Beisten sind offen. Sie sehen uns eigentlich von der besten Seite. Wie überall auf die volle Breite ausbeissen, dass wir wirklich gerüstet sind auf den Februar, wo sicher viele neue Ferien kommen. Und wo wir sicher hoffen, dass der Weg hier auf Adelboden-Lenk. Vielleicht ein Rückblick zu den letzten Wochen, was wir erlebt haben. Wir haben in den letzten Tagen regelmässig Neuschnee bekommen. Abwechslend hatten wir auch schönes Wetter, aber in der oberen Region haben wir sicher in einer Woche einen halben Meter Neuschnee bekommen. Hier im Tal ist wahrscheinlich auch ungefähr so viel. Zu den Beistern, die Bedingungen sind so wie es ist. Wenn es Neuschnee gibt, sind die Beistern ein wenig weich. Aber sonst ist alles zusammen winterlich verschneit. Das heisst, sehr schöne Verhältnisse. Die Gegend zusammen ist schön verschneit. Die Tane zusammen weiss, die Berge zusammen weiss. Also vom Landschaftsbild her ist es perfekt. Die Beistern, wie ich gesehen habe, sind wild, dadurch ein wenig weich. Das ist die Natur, da können wir nichts machen. Da brauchen wir nur ein paar Tage, dass es keinen Niederschlag gibt durch alte Temperaturen. Aber nichtsdestotrotz wäre es wirklich geniessen in der windlichen Landschaft. Sei das auf der Scheine beim Langlöfeln, beim Schlitteln, beim Schlöfeln. Oder die, die am Abend noch ein Bettchen am Hallenbad haben. Also, dort aufraffeln können wir schauen, wie es wirklich perfekte Winterverhältnisse gibt. Meine Schau angetönt haben. Es ist für diesen Winter die letzte Folge. Ich hoffe, dass ihr jemand oder anderen sicher einmal auf der Piste vielleicht gesehen habt. Und möchte mich wirklich kurz verabschieden. Aller, der mich diesen Winter verfolgt hat. Recht herzlichen Dank für eure Fragen, die ihr gestellt habt. Es hat mich gefreut, diese zu beantworten. Also, tschüss zusammen. geäußt rager an bees